jo leute was geht ab mein name ist zuckerpl und willkommen zu einer folge von flash real es kam ja lange nicht mehr auf mein kanal und dann dachte ich komm wieso mache ich nicht mal wieder ein video und ja ihr seht ich bin jetzt arena 5 und ich habe erstmal den knall zauber und naja der clan ist voll lange voll und wir machen heute ein paar kämpfe ich habe mir so entdeckte bastelding der bumm da und dann gehen wir schon in der match rein das finde ich natürlich jetzt ein bisschen lächerlich ein level 8 wenn ich schon spiele arena 5 und er liebt wer mich verarschen ok gut ist ja drauf und genau genau nice one so wieviel leben hat denn die legendary ich hatte die lava plop diesen doppelt so stark so gesagt kann man sagen warte mal setzten fireball hier hin dann sind die babanen gg gleich also one hit naja so ja ok ich habe zum glück die musketieren am start und direkt jetzt den drachen baby weg ich finde das immer so komisch man sagt immer baby drache der heißt nicht drachen baby auch komm schon die ist gut karte also die plops die klopfen super gut und die pfeile ansätze keine ahnung das ist eine riesen setzen und verlegt ist wenn eine truppe sitzt das ist für die muskeltiere ach ach diese schieben einfach weg ich habe ja den ballon noch ich weiß nicht so ganz auf jeden fall sollte ich den zum haben also natürlich doppel muskeltieren aber die eine schon hart gedamaged also wenigstens nicht so viel aber kaum ein versuch ist es aber wenigstens mache ich etwas schaden auch so aber der ist auch nur level 6 hat etwas weniger leben naja gg drei crown sieg und der hat sogar und ich werde meinen turm geholt ich bekomme jetzt zum zweiten mal in meinem leben in clash royale eine riesen ruhe so oh den ofen sieben knall schade ich wollte eigentlich noch etwas anderes da habe ich habe ich jetzt den ofen habe ich und den knall ich hätte gern noch den feuergeister eigentlich hätte ich gern ähm den legendary wo ich eigentlich alle karten will so jetzt kann ich upgrade den knall oh yeah so warte den ofen liegen unter den ofen ich werde noch daraus bei ähm nach der aufnahme ein deck machen und naja direkt in den nächsten kampf so der ist auch level 8 ist aber clanlos oh es geht hier und mal sehen was er ersetzt oh nein die barbahnhütte ach das ist echt das schlimmste was man haben kann oh ohne witz leute wieso doch komm schon ist das euer ernst also ich meine nicht euch sondern diese von den leuten die barbahnhütte spielen das ist doch das ist doch asozial er spielt bestimmt auch noch barbahnhütte das muss ich hier verteidigen das war doch so klar das war so klar das war so klar ach weißt du was easy get wrecked ach er hat auch noch die Lakaienorde das ist doch nicht sein Ernst ich glaube er hat teures dick ehrlich ich glaub der hat nur 5 oder 6er kam äh lenkt sie erstmal ab da hat sie eine Rechnung auf dem Ballon dann greif ich ähm ja die Hexe haben mit dem Kobold ist doch ganz easy und easy ach komm die Skelett Army aha wow so ist das ein ernst so so zack so abwärmen auch natürlich ein bisschen nein Pfeile also wie die Damage macht denn die Skelett Armee okay so wieso hab ich nicht den Drachenbebel gesetzt ach komm hauf mit den Barbaren so zack zack ach der magier sein ernst der magier ist gut ich will den ja haben oh mein muskeltieren stärker als der magier das ist doch natürlich mal etwas interessantes nein 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 du greifst mich nicht an nein Hexe wird nicht der rage und mein Turm angegriffen komm schon ach komm Magier ach man immer der Magier immer der Magier ach komm jetzt Riese komm Rush push push durch Riese ich zähl jetzt auf dich Riese du musst es schaffen sonst wär ich brain of k komm komm nice gewonnen oh ich hab heute voll Glück ja letzte letzte lacht lacht am besten so ein Kampf können wir noch machen naja los geht's so zackig knackig so ach nein der noch magier natürlich muss ja unbedingt sein ach man ach man oh wieso spielt hier jeder Baba also also sie spielen nicht Baba sondern wieso spielt spielen hier so viele ähm Barbaren Deck also dass die Barbaren im Deck haben die Muskeltiere die Muskeltiere ne stark der Riese sitzt tank zu gut ist so lahm wie eine Ruth ok das sieht sich bescheuert aber jetzt muss ich ihn wirklich abwehren wieso setzt der Riese gegen Riese hä das bringt überhaupt nichts ach ist das dein Ernst ist das dein Ernst na egal wenigstens alter habt ihr das den Lack jungen bei mir hat der Double Speed ich hasse Prinz oh ich hab da einen Tower auch gut so natürlich jetzt immer wieder die Baba die gehen auf den Sack und der Kobold fasst auch oh ja 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 ich bin einfach zu gut dieses Gefühl kenne ich wenn man so im Arsch grad ist ne auch Showtime hat er er hat Showtime aber leider hat er es nicht gesorgt Tank ist mal der Riese Tänke Riesen erstmal oh komm Muskeltiere ein Doppelriese Muslein ja klar ach das ist doch nicht sein Ernst immer die Baban ey die doofen Schlawinas oh ich hab die Baban nicht gekriegt auch cool ähm zack nice one ja ich hab auf jeden Fall diese Folge nur gewonnen das ist doch heute mal ne nice Aktion oh wow hat voll viel gebracht ja ja an der Stelle würde ich mal sagen wenn es euch gefallen hat positive Bewertung würde mich freuen und lass den Daumen hoch da und vergesst mich nicht kostenlos zu abonnieren damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann und ciao